So und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Avatar Frontiers of Pandora Wir sind hier gerade in der Hauptmission unterwegs, nämlich vereinte Kräfte Und wir müssen hier mal schauen, wir haben hier noch zwei Roboter und ein paar einzelne kleine Gegner Die uns hier noch ein bisschen Ärger machen können Allerdings kann ich hier nicht, ne? Allerdings sind die hier noch Okay Ich muss erst mal schauen, dass ich hier gerade mal Ne? So, einmal Und einmal Zack Bums Nun haben wir den ersten Sabotiert Und ab zur nächsten Anlage So, die nächste Anlage wäre Da der Dings und da der Nieder Also einmal auf Hebel ziehen Damit wir das kurz ausmachen Und dann einmal sabotieren Let's go Ich habe mir die Schaubilder für diese Injektoren angesehen Und sie sind ziemlich faszinierend Wusstest du? Daylan, das klingt toll Aber wir stecken im Kampf Oh, sorry Manchmal vergesse ich, dass ich am Funkgerät sitze Ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache Du hast kein gutes Gefühl bei der Sache Ja, doof gelaufen für dein Gefühl Doof gelaufen bei deinem Gefühl Viel Spaß Verbrüßt meinen letzten Kontakt Takt Ernsthaft Na bitte Na Ah nö Keine Lust zur Hölle zu fahren Wow Bin wieder Profi Shooter Spieler Ah, erwischt Bei Bogen bin ich hier in dem Spiel irgendwie besser unterwegs Weiß auch nicht Oh, da habe ich keine Dings Okay Boah, ich brauche auf jeden Fall wieder Stöcker Ich hab mir gerade mal so auf Ich hab gar keine Stöcker Uncool Keine Stöcker zu haben ist echt uncool Konjektor D Und einmal sabotieren Und einmal sabotieren Zack 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 So Es sind leider ganz schön viele. Okay. Hm. Guck mal eine an. Uh. Beine. Gleitender Treffer. 15% Schaden beim nächsten Angriff nach Gleitbewegung. Schauen wir mal. Also Gleitbewegung. Mit der hier gemeint. Hier dieser Slide. ... ... ... ab Nee, alle nicht-militärischen Mitarbeiter zu den Sammelpunkten. Sorry, wir sind okay. Oh, das war knapp. Lass mich wissen, wenn du Harding findest. So. Erstmal wollte ich hier kurz, ne? Was bringt das? Oh. Oh. Hier haben wir auf jeden Fall einen Kiedel. Das ist mal gut. Hier ist ein ADA-Ding. Ich schätze mal, ich muss da lang. Ich schätze mal, hier kommt gleich noch ein Bossfight. Wenn ich hier jetzt schon Munitionskisten und so ein Kram finde. Weiter zur Verarbeitung. Hier verarbeiten sie das natürliche Gas zu Chemikalien zur Herstellung von Entzugsflüssigkeit. Da wird viel Druck in diesen Rohren herrschen. Wie nennt Alma das? Eine Achillesferse? Achillesferse. Eine Schwachstelle. Ah, hier ist ne Leiter. Okay. Als ob ich da oben nicht hier hinkomme. Weiß doch, das ist da oben. Komm schon. Ah. Was soll ich sagen? So ein Stöcker. Stöcker brauche ich. Noch mehr Heilung. Das ist gut. So guck. Oh, noch mehr Stöcker. Dann noch ne. Alter, was ist das denn? Holy shit. Drei Schlüssel, die man direkt braucht, alter. Schwede. Ja, ne Frotflinte, ne? Ich weiß nicht, wie du reingekommen bist, laut schießt. Aber sch, wie du auskommst. Mach das glatt. Verstanden. Ich weiß nicht, wie du auskommst. Ich weiß nicht, wie du auskommst. Du wirst bluten. Sack. Sack. Da unten ist noch einer und dann haben wir keine mehr, ne? Ah, mal fuddern. Da wo du nicht bist. Ich verfolge es hier und bleib da stehen. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ich werde dich finden. Überraschung! Ich habe meine Freunde, Vorfahren und Ewa. Einmal nach oben. Ach so. Irgendwie erstmal rüber. Okay, dann komme ich nicht. Wir müssen dann halt hier durch. Ui. Weg. Habe verstanden! Sicherer Gelände! Die Rohre. Dann lassen wir es mal krachen. Stopp! Es ist sinnlos. Was weißt du? Was du zerstörst, komm hier gleich wieder auf! Ich habe es verloren! Verdammt! Hab es verloren! Verdammt! Wir brauchen Hilfe! Wir brauchen Hilfe! Wir brauchen Hilfe! zwischen Mondstadt zu give up! Sind wir dabei hier. Einmal kurz dich mitnehmen. Ah, mal kurz mitnehmen. Äh, joa. Dank. Hallo. 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 Ja. Wo sind denn die? Hm? Irgendwie... Irgendwie fehlen mir noch zwei Rohre. Hier hinten irgendwo? Hm. Was sind denn die letzten zwei Rohre? Ah, da. Um. 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 Okay. Bereiche den Raum. Was? Da drüben bestimmt, ne? Hier lang bestimmt. Bestimmt hier. Oh, guck mal. Hier haben wir ein bisschen was. Okay. Noch mehr Heilung. Ein bisschen mehr davon. Von den Stöckerchen. Warnung, warnung. Diese Anlage ist vollständig kompromittiert. Notfallabriegelung einleiten. Heuding ist hier. Vergiss nicht, wir ist gefährlich. Sie regeln die Basis ab. Wie ist es draußen? Die RDA hat Luftverstärkung geholt. Ich muss weg. Okay. Die hinten irgendwo. Da, da, da. Da. So. Ich hätte dich schon in THP töten sollen. Mörser hat dir immer zu viel zugetraut. Harding, Rückzug! Jetzt! Dein kleiner Schwarzmarkt hat die Blauen direkt zu uns lockt. Es war unter Kontrolle. Fackelt ihr ruhig zusammen mit meiner Anlage ab. Oder nehmt in drei Minuten den letzten Heli. Deine Schwester war sofort tot. So viel Glück hast du nicht. Okay. Warnung, Notfallabriegelung in Kraft. Wiederhole, Notfallabriegelung in Kraft. Okay. Okay. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Da ist Dings, da. Alma, Mörser hat mit Harding gesprochen. Hat sie wegen der Sessua rund gemacht und sie zurückgepfiffen. Gut. Je mehr sie sich gegenseitig bekämpfen, desto besser. Draußen herrscht auch gerade Chaos. Die RDA ist langsam am Ende. Glaubst du wir gewinnen? Wenn du sie dazu bringst, die Einrichtung aufzugeben, bin ich mir sicher. Wie komm ich da hinten hin? Wie komm ich da rein? Ach, hier rüber. So. Ja. Bam. Doors closed. Ich würde sagen, das openen wir mal, ne? Öffnen wir mal die Püren. Das Terminal stellt sich ganz schön an. Aktuelles Modell in der Richtung. Radikale. Was? Was war das? Ich weiß nicht, aber es hat Daten ausgeworfen. Priya? Schick's rüber. Ich kümmere mich später um die ganzen Analysen. Nee, äh. Zimt? Zack, 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 zack. Zack. Ich bin schon fast dort Oh Gott Ich bin schon fast Hier fehlt ein ordentlicher Radiosender So, haben wir sonst noch irgendwo welche, äh, Leutchen? Anscheinend nicht, okay Fuck 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 Erledigt Jetzt das Ventil, oder? Ich mag dieses Ich mag es hin, äh, wenn es alles brutzelt So Frage ist, Ventil Da Das Ventil ist gemeint, okay Dann schließen wir das Ventilchen, Mann, äh? Ventil ist zu Jetzt zum zweiten Erst Rohre, dann Ventil Aber pass auf das Gas auf Das ist eine drohende Gefahr Wir müssen das richtig Nach oben Das ist schnell So jetzt lasst mich doch mal nach oben weiter wo sind die scheiß dinger alles ich hasse es dass ich nicht kennen kann kann ich scannen sollen wir jetzt geht da unten heute was ich die von hier aus geschossen auf jeden fall den schon mal dann ist wenn sie Geht mir nicht auf'n Keks. 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 Ich würde sagen, damit habe ich erstmal ordentlich für Leute platt gekriegt. Äh, zack. Gas wird abgelassen. Das heißt, dass die Notfalldruckventile offen sind. Wenn du sie zerstörst, war's das für die Zecke. Wird ne große Explosion geben, also seid vorsichtig. Geht mir nicht auf'n Keks. Geht mir nicht auf'n Keks. Geht mir nicht auf'n Keks. Irgendwo noch Gegner? Da drüben. Da drüben ist noch'n Gegner. Überraschung! Geht mir nicht auf'n Keks. Geht mir nicht auf'n Keks. Geht mir nicht auf'n Keks. Du gehörst mir! Geht mir nicht auf'n Keks. Okay, ihr wollt' schießen? Können wir haben. Wir machen. So. Da hinten wollen wir, soll ich hin? Alles klar. In die Richtung. Da hinten die Tür. Die Tür wollen wir haben. Beziehungsweise Tür ist falsch gesagt. Maschine zerstört. Die Audi A zieht sich zurück. Sie sind auf der Flucht. Aber ihr Schatten bleibt. Die Ruine blutet Gift. Wir sollten dort weg. Die Chemikalien. Komm ins Lager. So. Und wir haben's. Puh. Wir haben's geschafft. Ich würde sagen, das war's mit der Anlage. So. Aber bevor wir jetzt weitermachen, beende ich hier erstmal die Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder rein. Wenn's denn weiter geht. Hier. An dieser Stelle. igbiele. So. 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 Oh, 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 oh.